Lassen Sie sich von Ihrem Zofachhändler gleich über eine passende Ausstattung, die artgerechte Haltung und Ernährung beraten. So können Sie sicher sein, dass Sie den Bedürfnissen Ihres neuen Lieblings von Anfang an gerecht werden. Bei den meisten Kleintierarten empfiehlt sich die gemeinsame Haltung von zwei Tieren. Für Kinder eignen sich zum Beispiel Kaninchen oder Meerschweinchen. Sie sind tagsüber wach und lassen sich gerne streicheln. Nun sind Sie optimal vorbereitet. Und das neue Familienmitglied hält Einzug in sein neues Heim. Und jetzt beginnt die Einrichtung der eigenen vier Wände für Ihren neuen Gefährten. Zuallererst sollten einige Vorkehrungen in Sachen Hygiene getroffen werden. Die nach Auswaschen des Geheges stets verbleibenden Bakterien und Keime bekommen Sie mit BAFA Desinfektionsspray in den Griff. Einfach einsprühen, trocknen lassen, fertig. Und das nach jeder Reinigung. BAFA Desinfektionsspray ist auch für anderes Heimtierzubehör, zum Beispiel Hundekörbchen. Oder Katzentoilette, bestens geeignet. Jetzt wird noch etwas BAFA Geruchsstopper auf dem Boden verteilt. Die kleinen Körnchen des BAFA Geruchsstoppers kapseln den Urin ein und neutralisieren so unangenehme Gerüche, anstatt sie nur zu überdecken. BAFA Geruchsstopper ist biologisch abbaubar und völlig sicher für Ihre Lieblinge. Für ein hygienisch frisches Kleintierheim. Nun kann großzügig ein geeignetes Einstreu, wie zum Beispiel Stroh, auf dem Boden ausgelegt werden. Jetzt kann das Gehege eingerichtet werden. Und erst wenn alles fertig ist, darf das kleine Familienmitglied sein neues Reich beziehen. .